Philipp Büttner oder auch der Aladin aus Möhringen. Welche drei Dinge dürfen in deiner Garderobe im SI-Zentrum nie fehlen? In meiner Garderobe darf nie fehlen mein Make-up, weil ich mich selber schminke. Ich habe mir so einen kleinen Affengeschenk gekriegt, so ein Abu von Fans als Glücksbringer und meine Zahnbürste, damit Jasmin mich auch jeden Abend küssen kann. Möhringen in drei Worten. Landschaft, Spazierengehen und Theater. Dein persönlich absolutes Lieblingsmusical? Le Miserable. Ohne welche Essenssünde könntest du nicht leben? Pommes. Kaffee oder Tee? Weder noch. Ich mag eigentlich keine warmen Getränke. Wenn du dich entscheiden müsstest, Meer oder Berge? Uh, das ist schwierig. Ähm, mehr. Warum ist das Stuttgarter Publikum das Beste der Welt? Weil sie jeden Abend eine super Stimmung auf der Bühne machen und uns so unsere Arbeit mega leicht machen. Hallo, ich bin Johannes Oerding. Wir sind beide von Eskimo Cowboy. Wir sind die Arzen. Heides Ray Gavid, ich bin jetzt bei Stuggi TV. Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender. Heute wird es bei uns magisch, denn wir holen uns den Zauber aus Tausend und Einer Nacht zu Stuggi TV. Als Aladin steht er im gleichnamigen Musical hier in Stuttgart seit März 2019 auf der Bühne. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Büttner. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und zwar, ihr Musicaldarsteller, ihr geltet ja als Allround-Genies, also ihr müsst singen, tanzen und schauspielern. Was würdest du sagen, was ist deine Stärke oder bist du auch ein typischer Allrounder? Also ich würde sagen, ich bin heute ein Allrounder, aber meine große Leidenschaft kommt vom Gesang. Also als ich ganz klein war, habe ich immer gesungen, den ganzen Tag, von früh bis spät. Und Tanz und Schauspiel habe ich auch relativ früh angefangen, aber ich würde schon sagen, die Leidenschaft, den Weg einzuschlagen, kommt auf jeden Fall vom Gesang. Und entstand bei dir damals dann schon die Faszination Musical oder wann wusstest du, dass du Musicaldarsteller werden willst? Das Witzige ist, dass ich gar nicht wusste als Kind, was Musical ist. Also ich weiß nur, meine Eltern hatten damals so eine alte Phantom-der-Opa-CD und damit ja, als ich so vier, fünf, sechs Jahre alt war, wo ich eben schon viel gesungen habe zu Hause, konnte ich aber damals nicht viel mit anfangen. Und mein erstes Musical, was ich gesehen habe, war mit 14 Tanz der Vampire. Und da war es dann klar, das will ich auf jeden Fall machen. Als Musicaldarsteller musst du ja auch oft umziehen. Du musst dich immer wieder beweisen gegenüber anderen Bewerbern. Du arbeitest, wenn deine Freunde frei haben, abends oder an Wochenenden. Was treibt dich denn dann in deinem Beruf an? Wie du es schon angesprochen hast, der Beruf hat viele Schattenseiten. Und ich glaube, was man unbedingt braucht, ist eine Liebe und eine Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und zu singen, zu tanzen und zu spielen. Vor allem eben diese Lust daran, das zu machen, ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, auch viele, die sich dafür bewerben oder interessieren, verwechseln teilweise die Lust, es zu gucken, mit dem Spaß daran, es zu machen. Weil ich glaube, das ist wirklich was ganz anderes und das ist leider auch dann sehr anstrengend und da muss so was aus innen kommen, was einen antreibt, weil sonst würde man das alles nicht auf sich nehmen. Ja, was sind denn dann die Schattenseiten oder gibt es auch was, was dich so richtig stört an deinem Beruf? Was mich am meisten stört, ist das Reisen. Ich habe keine Lust mehr in der Bahn zu sitzen und ich meine, jetzt hier mit Aladin habe ich es relativ gut, weil ich weiß, das ist für eine lange Zeit an einem Ort und da kann man sich relativ gut hier heimisch fühlen. Aber wenn man noch Konzerte nebenbei macht oder dann keine Stadttheaterproduktion oder eben keinen Long Run macht und gerade Stadttheater macht, dann sitzt man nur noch im Zug und das ist echt, darauf würde ich gerne verzichten. Und wie sieht denn dann dein typischer Tagesablauf aus aktuell? Mein typischer Tagesablauf hier in Stuttgart ist, dass ich aufstehe und mit meinem Hund rausgehe. Ich habe einen kleinen Hund und verbringe mit ihr eigentlich den ganzen Tag und dann so ab Nachmittags geht es dann ins Theater und dann machen wir uns fertig, dann singe ich mich ein, ich schminke mich selbst und dann ist abends die Show und dann geht es wieder nach Hause. Gäbe es für dich denn dann auch eine Alternative zum Musicalberuf oder kannst du dir da gar nichts vorstellen, nur Musical? Also zur Zeit gibt es keine Alternative, das ist das, was ich machen will, das ist das, wofür ich Leidenschaft habe und auch damals, als ich gerade Abi gemacht habe, gab es für mich erstmal keine Alternative. Wenn mich die Leute gefragt haben, was machst du, wenn es nicht klappt, wenn du es nicht schaffst, dann habe ich immer gesagt, das überlege ich mir dann. Aber jetzt werde ich erstmal alle Energie und alles, was ich habe, darauf setzen und ich glaube, so muss man es auch machen, ja, um weit zu kommen. Und wenn du jetzt aber was anderes machen müsstest, hättest du da eine Idee? Wenn ich was anderes machen müsste, ja, gute Frage. Vielleicht wirklich was mit Tieren, vielleicht mit Hunden oder so. Das wäre jetzt, glaube ich, das wäre jetzt spontan meine Antwort. Tiere aus dem Ausland aufnehmen und vermitteln in Deutschland. Auch ein schöner Beruf. Als Aladin stehst du ja zweieinhalb Stunden auf der Bühne. Wie schafft man sowas? Es ist unglaublich anstrengend. Also vor allem dieses kontinuierlich sich konzentrieren, keinen Moment haben, wo man vor allem runterkommt, wo der Körper mal irgendwie entspannen kann. Weil selbst wenn man nicht auf der Bühne ist, dann ist man hinter der Bühne und zieht sich um oder trinkt schnell was oder geht auf die Toilette einfach um, schnell wieder loszugehen und auf die Bühne zu gehen. Und wie macht man das? Ich schlafe viel, ich mache viel Sport, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Und ich meine, natürlich hat man auch die Tage, wo man fertig ist davon. Vor allem am Wochenende, wenn wir doppelt Samstag und doppelt Sonntag haben, da ist meistens immer mindestens eine Show dabei, wo es wirklich Arbeit wird, weil man diesen eigenen Schweinehund überwinden muss, wo der Körper sagt, der Rücken tut weh oder die Beine fühlen sich schwer an. Und dann ist es natürlich Beruf, da beginnt Arbeit, wo man sagt, ja, aber trotzdem muss die Show heute genauso gut sein wie die gestern. Und wie erholst du dich dann nach so einer anstrengenden Show? Serien gucken zu Hause, rausgehen mit meinem Hund, ja, vor allem in die Natur. Das muss ich sagen, das habe ich jetzt in dem letzten Jahr, seit ich sie habe, echt gemerkt, wie gut das tut, einfach rauszugehen. Und das kann man hier in Stuttgart sehr gut. Das muss ich sagen, ist echt toll hier mit den Wäldern und Wiesen und Feldern wirklich hier ums Theater rum. Das hat man in keinem anderen Theater so gut wie hier. Ihr spielt ja sechsmal die Woche Aladin. Achtmal. Achtmal? Ah, mittlerweile acht, okay. Und wie oft standest du schon insgesamt jetzt als Aladin auf der Bühne? Das ist eine sehr gute Frage. Leider habe ich es nie gezählt. Ich bin jetzt seit, jetzt seit drei Jahren dabei. Wir spielen pro Jahr so circa 416, glaube ich. Ich habe Vorstellungen, dann mit Urlaub. Ähm, ich tippe, dass es schon Richtung 1000 geht. Also das ist jetzt so. Es wird auf jeden Fall darauf zugehen, knapp davor, wenn sie es noch nicht erreicht haben. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wird es nicht irgendwann mal langweilig, immer das Gleiche zu spielen, die gleiche Rolle? Ich glaube, was es ausmacht, ist, dass wir jeden Abend auch eine andere Konstellation haben auf der Bühne. Und selbst wenn die Konstellation die gleiche ist, dann ist das Publikum ein anderes und dann, ähm, ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie unterschiedlich diese Show jeden Abend sich anfühlt. Vielleicht nicht nach draußen ist, wenn man sie sich anguckt, aber wie sich das anfühlt. Teilweise wird gelacht an Stellen, wo sie am Tag vorher nicht gelacht haben. Teilweise, ähm, kommt der Applaus hier viel stärker und gestern war es da viel stärker. Die Kollegen machen die Pausen an anderen Stellen, haben natürlich auch eine individuelle Interpretation ihrer Rolle und damit ändert sich das jeden Tag. Und sich darauf einzustellen, dass man eben nicht jeden Tag sein, ach, ich mache es einfach so wie gestern, sondern dass man sich darauf einlässt und die Geschichte jeden Tag neu entstehen lässt. Das ist auch, umso schwerer, umso öfter man es macht. Aber ich glaube, nur indem man versucht, dass, wenigstens jeden Abend versucht, damit, ähm, kann man den Spaß daran behalten. Also bei so vielen Auftritten muss doch sicherlich auch mal was schiefgegangen sein, oder? Ja, es ist schon, es ist schon einiges schiefgegangen, jetzt überlege ich. Ich meine, was leider nicht so lustig war, in Hamburg bin ich einmal gestürzt beim Tanzen und habe mir vier Bänder gerissen und habe aber auch noch den Akt dann fertig gespielt. Ähm, das Absurde ist, natürlich passiert das nicht bei dem schwierigsten Trick und bei dem, wo man dann groß vom Haus runterspringt, wo man denkt, sondern bei dem leichtesten Tanzschritt, den man sich wirklich vorstellen kann. Und da, ähm, mal schauen, was ist denn Lustiges? Ich meine, wir hatten schon Kollegen, ich denke auch einen in Hamburg, der einfach seinen Text nicht mehr wusste. Und aber leider konnte auch niemand helfen und wir haben auch das Video danach auf dem Bildschirm gesehen. Ich, du, wir und nur so gestammelt. Es war so lustig. Und, ähm, und der musste sich leider selber daraus helfen, weil kein anderer ihm helfen konnte. Du meintest jetzt, du hast dir die Bänder gerissen und du hast sogar noch weitergespielt, also den Akt zu Ende gespielt. Ist dann im nächsten Akt jemand für dich eingesprungen und wie läuft das? Also es ist so, dass jede Rolle mehrmals im Haus sein muss. Also, ähm, generell haben wir pro Rolle die Erstbesetzung, die jeden Abend spielt und zwei Cover, die entweder im Ensemble dabei sind oder, äh, im Haus sitzen. Und da darf sozusagen immer jeder, kann einer in Urlaub, dass mindestens zwei noch da sind, dass, ähm, immer wenn was passiert, jemand einspringen kann. Und wenn du jetzt für einen Abend lang mal deine Rolle tauschen könntest und eine andere Rolle aus Aladdin spielen dürftest, welche wäre das? Und warum? Ich würde am liebsten mal den Genie spielen. Seit so vielen Vorstellungen, ähm, sehe ich jeden Tag, wie er da seine Riesennummer macht. Und ich würde gerne mal erst mal erleben, wie anstrengend ist es. Ähm, und einfach mal diese ganzen Witze auszuprobieren. Wie würde ich das machen? Würde das überhaupt sympathisch rüberkommen, wie das bei den Kollegen ist? Oder, ähm, ja, wie würde ich das machen? Das würde mich sehr interessieren. Genie schenkt dir als Aladin ja drei Wünsche. Und wenn jetzt du, Philipp, drei Wünsche haben dürftest, welche wären das? Mein erster Wunsch wäre, ich hätte gern die Möglichkeit, mich zu beamen, damit ich nicht mehr reisen muss. Weil ich das wirklich, ich würde gerne am liebsten, auch weil natürlich auch in ganz Deutschland Freunde und Familie verstreut sind. Und ich führe seit fast sieben Jahren eine Fernbeziehung nach München. Das geht jetzt von Stuttgart relativ gut, aber von Hamburg oder, das ist einfach, dass man einfach sagen kann, ach, schau vorbei, ich möchte jetzt zu Hause sein. Ich möchte in München sein, ich möchte mal meine Eltern besuchen. Das wäre mein erster Wunsch. Und ich glaube auch der wichtigste. Und Wunsch zwei und drei? Wunsch zwei und drei. Ich glaube, da wäre ich jetzt nicht so egoistisch. Da würde ich mir irgendwas wünschen, um die Welt zu verbessern. Dass die Welt mehr Liebe, mehr Akzeptanz und einfach ein schönerer Ort wird für alle Menschen. Sehr schön. Dann danke ich dir fürs Interview und euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. WESCHTUGi TV